Ja, Prost, mal kurz hier wieder, down of order kommen, Glas später runter schlucken. Was geht ab, liebe Freunde, ich bin der Basti, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ClubSoundsTV, heute mit den NewTracks. Ja, wir haben wieder drei Blöcke, Folge, Pickepacke voll mit richtig schöner Musik. Deswegen, was fehlt, ganz klar, das Intro und dann geht's hier richtig schön mit Zeklatze ab. Bis gleich. Fangen wir an mit Blog Nummer 1 und den, ihr wisst es, immer etwas ruhiger mit der neuen Single von EDX, Topic und Like Mike. Richtig gehört, Dimitri Vegas und Like Mike machen auch Solo was. Also der erste, der was macht, ist Like Mike. Er hat sich einen Computer gekauft, zwei Boxen, man sieht auf seiner Facebook-Seite auch, wie sein Bruder ihnen dabei zuschaut und er hat ein bisschen Musik gemacht. Genauso kindlich, wie ich das gerade darstelle, klingt der Track auch. Memories heißt dieser, soll so ein bisschen, ja, Chart-Sound sein, irgendwie. Ging das, also sorry, aber klangtechnisch geht das Ding mal richtig in die Hose. Das klingt so, als würde ein 15-Jähriger das erste Mal ein PC bekommen, Fruity Loops, ein Synthesizer und ein paar Sample-Packs und probier mal. Nee, selbst der wird es noch besser hinkriegen. Also ganz ehrlich, Jungs, ihr habt die Kohle, gebt dem Vorwerk Geld, ruft mich an. Also auch kein Ding, aber das ist einfach nur Grütze. Wie ist eure Meinung bezüglich Like Mike's neue Single Memories? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare hier für euch. Blog Nummer 1. Manackest Wenn du sage, ich nehme mal runter. Dann sag ich, ja, ich Rufe. Dann sag ich, Frank Ringielmusik. Okay, jetzt sag ich richtig. Dann sag ich, ich weiß, ich weiß. And you say I'm perfect And you say I'm gorgeous Then you say I'm perfect It's a long way home, it's a long way from where we stay It's a long way, it's a long way home, it's a long way from where we stay I could never love her like I love you And when I close my eyes, girl, it's all you And after everything that we've been through I can't lie, there's no escaping you I'm trapped in these memories 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 You, you want it You, you want it I'm trapped in these memories I'm trapped in these memories Clubsounds 84 3 CDs vollgepackt mit 69 Club-Hits mit Lost Frequencies Offenbach, Martin Garrix und vielen mehr Clubsounds 84 Hey, du bist der DJ Das war Blog Nr. 1 mit der fantastischen Single von Like Mike. Liked, wer ihn noch kennt. Haha, ich fand ihn gut. Kommen wir zu Blog Nr. 2 und jetzt geben wir mal richtig schön Vollgas. Ja, und zwar gibt es eine richtig geile neue Compilation. Okay, Remix-EP könnte man eher dazu sagen. Okay, es sind ein paar mehr Titel auf. Remix-Album von Charmy und Mahler. Die waren jetzt dann auf Tour und dann zu dieser Tour ist ja nun vorbei, gibt es ein Remix-Album. Da wurden ihre Knaller-Tracks einfach nochmal von anderen Künstlern gemixt. Loach21 hat einfach mal ein Remix von Charmy's Single Don't Let Me Down gemacht und der richtig, richtig geil. CID haben wir auch mit in den Blog. Neue Single rauskommen auf Hexagon Music. Auch ne oberfette geile Nummer. Und dann würde ich sagen, viel Spaß hier jetzt mit Blog Nr. 2. Like a Hummingbird Like a Hummingbird Life time is my memory Life time is my memory Life time is my memory I hear you in my heart Oh, make my body sing Oh, make my body sing I wanna make love to you every day I wanna make love to you every day Lorraine Life time is my memory onge- exists reing morning I can miss you I miss you, I miss you, I miss you Oh, I miss you, I miss you I know you miss me Like I miss you I miss you, I miss you, I miss you Oh, I miss you, I miss you I know you miss me Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ja, wenn man das schon liest, Dyro GTA, das kann doch nur geil sein. So, ist es eigentlich auch. Im Trap-Bereich, also fette Nummer. Geil produziert, teilweise ein bisschen übergesteuert. Ich glaube, es soll aber so sein. Aber Dyro ist einfach ein unglaublich guter Schrauber. Und die GTA-Jungs auch richtig fette. Gekommen aus Spinning Records. Die Nummer gibt es ja schon etwas länger. Nun wurde sie endlich offiziell released. Dann haben wir auch wieder was für unsere Trancer. Selbstverständlich dabei. Und unsere Hardstyle-Freunde. Neuen WildStyles-Remix. Den gibt es jetzt auch von W&W. Zusammen mit Winnie Witschi. WildStyles-Remix kam jetzt nicht so gut an, weil der WildStyles-Remix von der Winnie Witschi zusammen mit Armin Van Buuren einfach überragend war. Und die WildStyles-Single, die ja jetzt vor kurzem rauskam, auch sehr fett ist. Der Remix ein bisschen. Aber ey, komm. Das ist wieder nörgeln auf höchstem Niveau. Ihr sollt entscheiden, ob ihr das geil findet. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn nein, Daumen nach oben. Ja, soviel einfach mal dazu. Hier ist für euch Blog Nummer 3. Ich hoffe, ihr solltet es noch ordentlich schön auftreten. Ja, daumen nach oben. 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 Das war Blog Nr. 3, diese Titel sowie ganz viele andere Titel findet ihr auch in unserer Spotify Playlist, einfach auf Spotify oben Club Sounds eingeben, Playlists followen und geile Mucke hören. Und wenn ihr noch mehr geile Mucke auf Spotify hören wollt, Everyone Needs Music, Sebastian. Einfach oben eingeben. Followen! Ja, scheißegal! Nicht vergessen, unser Forum, forum.club-sounds.live, da seid ihr immer herzlich willkommen und postet rein, was das Zeug hält, denn da suchen wir uns auch die New Tracks raus und Fundstücke und alles andere auch, denn ihr seid ein Teil dieser Sendung. Kommt also ab in unser Forum, da gibt es viele, viele tolle, schöne Sachen. Ja, habe ich alles erwählt? Spotify Playlist, meine Playlist, alles erwähnt. Super! In diesem Sinne, wie bitte? Soundlabor! Haben wir schon erwähnt. In diesem Sinne, tschüssikowski an dieser Stelle, das war Club Sounds TV und New Tracks für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet jeden Rang Spaß. Nicht vergessen, Daumen nach oben, Video teilen, Kommentare hinterlassen und abonnieren mit Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. In diesem Sinne, tschüssikowski und bis bald!